Diese bemerkenswerte Geschichte ereignete sich im Edo-Wildschutzgebiet in Südafrika. Ein junger Elefant begann seinen Tag wie gewohnt und begleitete die Herde, die unter der intensiven Hitze spazieren ging, graste und nach Nahrung suchte. Irgendwann machten sie an einem natürlichen See halt, um zu trinken und sich abzukühlen. Der kleine Elefant, der jüngste in der Gruppe, war besonders aufgeregt über diesen Moment. Im Wasser zu spielen war das Highlight seines Tages, da es half, die Hitze nach langen Stunden unter der sengenden Sonne zu lindern. Wie üblich begann das Elefantenjunge, sich im Wasser zu vergnügen, doch plötzlich geriet die Situation außer Kontrolle. Beim Herumtollen im Schlamm blieb es an den rutschigen Ufern des Sees stecken und konnte nicht mehr herauskommen. Das Elefantenjunge geriet in Panik und kämpfte mit aller Kraft, um sich zu befreien, aber je mehr es sich bewegte, desto tiefer sank es in den Schlamm. Die Herde bemerkte erst, dass etwas nicht stimmte, als es Zeit war, weiterzuziehen. Als sie sich darauf vorbereiteten, aufzubrechen, stellten sie fest, dass das Junge nicht bei ihnen war. Mit dem für ihre Art typischen Instinkt versammelte sich die Herde schnell um den Elefanten in Not. Einige Mitglieder versuchten, ihm herauszuhelfen, aber alle Bemühungen waren vergebens. Das Junge sank nicht weiter ein, konnte sich aber auch nicht bewegen. Die Elefanten, die zu helfen versuchten, erkannten, dass sie es nicht alleine schaffen würden, also riefen sie den Rest der Gruppe zur Hilfe. Alle zusammen versuchten, das Kleine zu befreien, aber die Aufgabe schien unmöglich. Stundenlang versuchten sie es weiter, während sich die Situation nur verschlimmerte. Die Elefanten begannen verzweifelt, um Hilfe zu schreien. In der Ferne hörten einige Besucher des Reservats die Schreie, erkannten aber zunächst nicht den Ernst der Lage. Die Spannung stieg weiter, als die Herde, die noch immer versuchte, sich gegenseitig zu helfen, ein entferntes Geräusch hörte. Dieses Geräusch schien sich schnell zu nähern, was Panik unter den Elefanten auslöste. Plötzlich tauchte ein Jeep am Horizont auf, der mit hoher Geschwindigkeit auf den Ort zuraste. Aber waren die Insassen Verbündete oder Bedrohungen? Ohne Zeit zum Nachdenken bildete die Herde instinktiv einen Kreis um das Junge, um es vor möglichen Gefahren zu schützen. Die Männer im Jeep begannen, die Elefanten zu umkreisen und versuchten, die Gruppe zu zerstreuen, um herauszufinden, was vor sich ging. Die Tiere hielten jedoch ihre Position, ohne nachzugeben, entschlossen, alles Notwendige zu tun, um eines der wertvollsten Mitglieder der Gruppe zu schützen. Nun stand der junge Elefant vor zwei Herausforderungen, dem tückischen Schlamm und den Männern im Jeep, die bedrohlich wirkten. Es begann eine Art stilles Kräftemessen zwischen den Elefanten und den Insassen des Fahrzeugs, und es wurde klar, dass keine der Seiten leicht nachgeben würde. Mit der Zeit flohen die jüngeren Elefanten der Herde, um sich selbst zu retten, anstatt das Junge zu schützen. Dies zwang die erwachsenen Elefanten, eine schmerzhafte Entscheidung zu treffen. Das Baby war immer noch gefangen und erschöpft, während der Jeep genug Treibstoff hatte und der Fahrer entschlossen war, die Herde zu vertreiben, um zu verstehen, was sie verbargen. Angesichts dieser Situation entschieden sich die älteren Elefanten, das Baby zurückzulassen und den Rest der Herde zusammenzuhalten. Am Ende gingen die Männer im Jeep als Sieger hervor. Für das arme Elefantenjunge spielte es keine Rolle, welche Absichten die Männer hatten. Es war völlig allein und musste sich selbst verteidigen. Als es sich in die Enge getrieben fühlte, geriet das Baby in Wut und versuchte, erfolglos, aus seiner Situation zu entkommen. Die gute Nachricht war jedoch, dass die Männer im Jeep weder Wilderer noch Touristen waren und keine Pläne hatten, dem Elefanten zu schaden. Tatsächlich waren es Wildhüter des Naturreservats, die die Hilfeschreie der Tiere gehört hatten. Ihre Mission war es, zu helfen. Leider war der einzige Weg, dies zu tun, die Herde vom Baby wegzudrängen. Die Wildhüter handelten schnell und probierten verschiedene Strategien aus, aber keine davon funktionierte. Gerade als sie kurz davor waren, aufzugeben, begann sich das Elefantenjunge auf wundersame Weise zu befreien. Die Männer schafften es, einen Teil des rutschigen Schlamms zu beseitigen und einen kleinen Durchgang für den Elefanten zu schaffen. Nach stundenlanger Anstrengung gelang es ihm schließlich, sich zu befreien. Alle waren äußerst erleichtert, da die Rettungsaktion erfolgreich war. Doch bald stellte sich ein neues Problem. Wo war die Herde? Die Wildhüter wussten, dass sie den Elefanten nicht alleine lassen konnten, während sie seine Familie suchten. Die sicherste Option war es, den Elefanten festzubinden, während sie nach seiner Herde suchten. Sie mussten die Gruppe finden und konnten es nicht riskieren, dass das Baby allein davon lief oder sogar einen von ihnen angriff. Wie zu erwarten war, war das Elefantenbaby überhaupt nicht glücklich darüber, angebunden zu sein. Es kämpfte mit aller Kraft, um sich zu befreien, aber es war nicht stark genug. Als es jedoch erkannte, dass es keine andere Wahl hatte, beruhigte es sich schließlich. Mit besserer Stimmung konnte sich einer der Wildhüter dem Elefanten nähern und ihn genauer untersuchen. Es war entscheidend sicherzustellen, dass es dem Baby nach einem so anstrengenden Tag gut ging. Da sie keine Verletzungen an seinem Körper fanden, waren die Wildhüter erleichtert. Während der Tag voranschritt, bemerkten sie, dass der Elefant gespannt auf jedes Geräusch lauschte. Es war offensichtlich, dass er seine Familie vermisste. Aber zu seiner Überraschung war das nächste Geräusch, das er hörte, genau das, worauf er den ganzen Tag gewartet hatte. Seine Herde rief nach ihm. Auch die Männer hörten das Geräusch, wussten aber nicht, woher es kam. Bald stellten sie fest, dass sie wieder am Wasserloch waren, genau dort, wo alles begonnen hatte. Die Herde war zurückgekehrt, um den Elefanten abzuholen und signalierte ihre Anwesenheit. Sobald das Baby nah genug war, um seine Familie zu sehen, rief es nach ihnen und zeigte sichtbare Freude. Die Wildhüter stiegen in ihr Fahrzeug, zogen sich in eine sichere Entfernung zurück und beobachteten das Geschehen sorgfältig von dort aus. Das Elefantenjunge rannte freudig zu seiner Familie. Die Herde reagierte mit der gleichen Freude und die Wildhüter wurden Zeugen eines unglaublichen Moments. Wie hat dir diese Geschichte gefallen? Gib einen Like und abonniere den Kanal. Bis zum nächsten Video.